Herzlich Willkommen zurück bei Stranded Deep. So, liegt hier noch was Schönes vorne rum? Jucca gibt es immer. So, es wächst einfach wieder neu, denke ich. Scheinbar, das können wir ja nicht alles übersehen haben. So. Ficus. Hä? Wo war der? Hä? Wo war der? Hä? Hier? Das Messer, das bricht doch irgendwann auseinander, wa? Komm mal. Können wir das hier kaputt machen eigentlich? Ja. Und sonst noch weiter bearbeiten? Ah. Dann ist das Driftwood. Okay. Okay. Das sind Driftwooden Lock. Dann nehme ich mal alle mit. Dann nehme ich mal so mit. Na komm her, Poppy. Kann ich hier auch was mitmachen? Äh, mit das hier? Nee, oder? So. Das ist das. Das ist... Und was ist das? Nummer 6? Weiß ich nicht. Nummer 7. Nummer 8. Da kommt das hin. Ach, ich weiß das manchmal nicht. Egal. So viele Ropes, du. Und Sticks haben wir jetzt auch wieder jene Menge. Ach, das ist das Driftwood. Gut. Ja, aber das kannst du da auch nehmen, denke ich. Ich packe das hier hin. So. Das packe ich immer in die Nähe der Dings. Der Feuer. Ah, toll. Nebelig und ein Hai ist unterwegs, oder was? Aber wo? Spielt der mit seinem Klavier? Ich sehe ihn nicht. Der muss ja zumindest so ein bisschen in der Nähe sein, würde ich mal denken. Gute Idee, jetzt ins Wasser zu gehen. Was ist das? Hm. Da ist auch nichts drin, oder so. Da ist auch noch ein Container. Will ich da jetzt? Trau ich mich da hin? Ne, ich trau mich da nicht hin. So viele Innen sind hier auch nicht in der Nähe, oder so kann das sein. Ah, hier sah mal anders aus. Ich hab keine Ahnung. Hm. Kann ich das nicht? Kann ich auch nicht hier hin. Na, ist egal. Wie sieht es aus? Was? Oh. Nicht gut. Oh nein, ihn ist schlecht. Was ist los, Junge? Kann man wohl nicht immer dasselbe essen scheinbar. Ich hab keine Ahnung. Den Speer nehme ich lieber mit, oh, wer weiß. Was? Hm. Ich kann doch aber speichern. Ja, aber wie zum Teufel. Ich kann mir ein Dings machen, zur Not. Gut. Man kann sich ja so ein Pfeil hier hin machen, aber nützt der einem was? Das ist die Frage. Mist. Ah. Das sagt ja, wenn ich auf diese Insel wäre, aber gut. Das sagt ja nur aus, dass ich woanders hin soll. Ach, das nützt eigentlich nix, ne? Ach, ich hab keine Ahnung. Wie sorgt man irgendwann dafür, dass man seine Insel auch immer schön wiederfindet? Kannst du nicht paddeln und nix hier. Nein. Vielleicht zum Container, der hier von hier noch ein bisschen anders aussieht. Ich hätte hier Angst im Meer. Ich kann zwar schwimmen, aber irgendwie bin ich wasserscheu. Ich kann nicht so sagen. Es ist flaches Wasser hier, ne? Na, aber trotzdem nicht unser Ding hier mit. Ja, ist alles ziemlich flach, aber ist egal. Da ist auch nix drin, nur. Schade. Kann ich, kann ich, kann ich was? Ich kann. Haben wir jetzt im Inventar, ja. Was ist das für einer? Small fish. Ja, ich weiß nicht, welche gut sind und welche nicht. Ich fische mal ein bisschen, wir können auch ein Fischernetz auslegen, ist auch kein Problem. Den kommen wir alle nicht. Warum alles pilchern, pilchern, aber ich hab doch Sardinen auch. Ich hab nicht nur pilcherts gefangen. Hier sind doch Sardinen, guck. Das verstehe ich nicht. Ist schon wieder so spät, so. Na, es wird bald wieder dunkel, wa? Hier kann ich ja auch eigentlich fast rüberlaufen, aber ich geh mal auf diese Insel da. Irgendwo haben wir ja auch so eine Krabbeninsel gehabt. Ich brauche ein Paddel, ich brauche ein Paddel. Nimm doch dich, du bist auch ein Paddel. Ja, das war's war's dran, aber naja. Ist, glaub ich, nix drin, ne? So. Das ist alles so flach hier. Oh, die ganzen Teile hier. Kann ich alle, muss ich alle... Hm. Vielleicht hier reinpacken. Kann ich schon, aber... Aber naja. Hier sind wir die Wöpfwurz. Hm, 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 hm. Oder kommt mir die bekannt, wo die Insel, ich weiß es nicht. Wo waren denn die Krabben nochmal? Keine Ahnung. Ob ich da noch reinkomme, weiß ich nicht. Jukka, Jukka, Jukka. Hm. Lieber das hier mit. Das ist, glaub ich... Hm, das ist ein bisschen groß, ne? Ich nehme mir den mit. Ähm, das geht tatsächlich. Ich kann nicht sogar mitnehmen. Sieht aus, als ob man hier auf hoher See wäre, ist aber... Flachwasser. Und es ist dunkel. Aber der Mond geht auf. So. Kommen wir jetzt ein paar Sachen. Kommen wir her. Ich bin Messi. Zwar nicht Lionel, aber... Naja, ihr wisst schon. Bzzzzzzzzzzz. Feuerzeug da. Ach so, ja. Dann mach ich das an. So. Kann ich hier so einen Fisch daran machen? Kann ich noch mehr daran hängen? Nö. So. Und... Stopp ich die mal, dann geht's hot. Die sind jetzt noch Sardinen, teilweise. Ich weiß es. Hat Ding gemacht. Oh, das tut gut. Das geht gut. Das wollte ich allerdings nicht so gerne roh essen, aber naja. Wie lange das dauert, bis er satt ist. Und er hat auch nie Durst. Das kann ja gar nicht sein. Deswegen... Spoilt, drinkable... Ah, nee. Spoilt auch noch. Das ist nicht nett. Spoilt... Ah, super, dass es spoilt ist. Da kann ich ja gar nichts mit anfangen. Dass ich jetzt essen würde, ne? Kotzt er wieder? Nö, wow. Oh, doch, doch. Ja, toll. Ist alles gespoilt? Oh Mann, das war ja früher auch nicht so. Alles weg hier. Toll. Ich kann mich auch nicht entscheiden, ob ich die hier... Ich kann mich auch nicht entscheiden, ob ich die hier... Aufhebe oder nicht. Ach, schön. Kumbaya... 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 Der schöne Himmel... Der Sternenhimmel... Aufwerfen... Ne, kann ich glaube ich nicht. Der... Der... Aber jetzt sieht man das gar nicht, wo... Der richtige ist. Er ist auch ein bisschen doof gemacht. Der... 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 Ja, okay. Muss ich die jetzt alle kochen, oder was? Aber irgendwann spoilen die hier. Ach, ist doch doof. So, und unser ganzes Müll hier. Da können wir noch einige Sachen, glaube ich, mitmachen. So, das geht natürlich noch nicht. Und wer ist mit nem Fisch-Trap? Wo packe ich den denn mal hin? Keine Ahnung. Boing. Muss ich da vielleicht nem Fisch reinpacken? Ich glaube, ja, sieht man natürlich jetzt ein bisschen doof, ne? Können wir noch mehr reinpacken? Na, keine Ahnung, dann penne ich mal hier. Oh, was sieht. Ah, das ist doof mit den ganzen Müll-Spoiler. Da hab ich hier Fisch rein gemacht. Das sind die Köder. Aber... Das Ding nützt hier auch nicht viel. Das ist viel zu flach, oder? Die schwimmt auch komisch. Ich hab mal weiter gemacht. Hallo, warum schwimmst du so doof? Dann werden wir jetzt auf jeden Fall tiefer. Habt ihr gesehen, irgendwo? Angst vor Haien. Aber sieh das hier noch so komisch aus, ne? Irgendwie so... ...krisselig. Keine Ahnung. Ja, wir müssen uns eigentlich das Wasser besorgen, ne? Hm. Bisschen wie der Kokosnüsse. Weil die Anzeige ist irgendwie komisch. Hm. Ich seh nichts. Ich seh keine. Hm, doof. Doch, hier. Das ist ganz nett. Wir sollten ja auch nicht immer alle gleich aufschlagen, sondern... ...wenn man die braucht. Beim Torst seh ich das ja leider nicht. Ah, im Moment. Kuraf. Gut. Hallo, wollen sie nicht hochgehen? Zack. Oh, es geht ja nicht runter. Es geht ja nicht hoch, die geht ja nicht runter. Genau. Genau falsch. Die esse ich mal. Das sieht ja fruchtig aus, also könnte ja auch ein bisschen Durst gelöscht haben. Die Durstanzeige ist ja leider scheinbar verpackt. Naja. Wie lange haben wir überlebt schon? Vier Tage. Okay. Und wir werden weiter überleben und gucken mal. Müssen wir mal bald was bauen. Vielleicht in der nächsten Folge. Von Stranded Deep. Bis dahin. Bis dann. Bis dann.